Hallöchen YouTube, ich begrüße euch zurück zu einer weiteren Folge Battlefront wieder mit dem Klaus, wieder mit mir, wir spielen hier auf irgendeiner Map wieder die 12er Mapgröße, ähm, und ja viel Spaß beim Zuschauen Fuck, ich hoffe die Runde läuft besser Oh Gott! Herzliches Glückwunsch, ich hatte die Granate von der Küche Ja, ich hatte eben ein leichtes Problem beim Start, meine, äh, Aufnahme also, äh, kriegen meine Zuschauer nicht alles mit, aber das macht nichts Achso, ja, wenn ich, wenn ich, könnte auch bei mir machen, dann kommen wir Ey, das ist immer noch lieber, ha Äh, ja, ja, und von oben Wir sind unten und die stehen oben, die Drecksack Oh, ich schaffe, ich kriege das denn, geschafft! Bald ist die Rettungskapsel in der Hand des Imperiums Ich gucke in die Richtung, du kannst in die andere Ich gucke in die andere, ja, ja Oh Gott, ich glaube, die kommen von oben Hinter dir! Super, Klaus Klaus dreht sich im Kreis und schießt, das ist so gut Hinter, hier! Gut Ah, super, wir haben sie gehypen Boah Alter, jetzt habe ich, ich habe die Granate gegen dich geworfen und dann habe ich sie abbekommen wieder Auch nicht schlecht So, wo müssen wir angreifen? Ach, wieder so weit weg? Ja Also das ist, die Map ist echt für Leute mit Jetpack gemacht Das sind alles Maps für Jetpack Finde ich nicht gut, muss ich mal sagen Weißt du, worauf ich mal Lust hätte, war so eine Raumkampf-Mission Ich habe aber nie Raumkampf gespielt, ich weiß nicht wie gut oder wie schlecht ich da drum bin Du meintest ja, das soll sehr schwer sein Klaus, hast du mitzunehmen? Ja Ja, ja, äh Sau schwer, sau schwer Also ich bin nur noch 40 Meter von dem Ding weg Ja, ja, ich, ich lenke sie ab von vorne Alter, ich dachte ich wäre in Deckung Ah, super Nehmen sie ein Nicht schlecht, Herr Specht Aber, ich bin wieder 100 Meter weiter weg Okay Boah, von hinten Erst guck ich in die Richtung und dann macht er mich platze Noch eine Toll Wenn ihr nicht schnell etwas unternehmen fällt, diese Rettungskapfel der Rebellen-Allianz in die Hände Geht Mach dann auf Rebellen! Bist du noch hinter mir? Ja, ich drehe mich gerade in deine Richtung rum. Ja, ich drehe mich wieder in den Eimer. Ja, wieso rennst du schon wieder weg? Die ist doch noch gar nicht. Oder ist sie schon gesichert? Ach, der Schneide. Ich laufe jetzt einfach mal rüber. Ja, ich behalte mich. Einen Gegner weggemacht. Sicherst du? Ich übernehme. Super. Ich greife mir das nächste Ladungsteil, was auch immer das ist. Äh, und dann bin ich schon wieder voll befissen. Da stehen. Hier können sie schön von oben draufhalten. Aua, fuck. Hinter mir war einer. Der kommt jetzt von dir rechts gesehen. Ach, scheiße. Warum spawne ich denn auch so? Jetzt hat er sich da hinten nicht. Ja, wo hast du denn diesen guten Blaster her, hey? Feuerrate. Ich nehme den jetzt auch mal. Welche meinst du meinen? Ich habe so einen MG 42. Ja, ja, ja. Das habe ich mir jetzt auch genommen. Den anderen, der ist halt haupt hier für nichts. Ey, von hinten. Von hinten. Von hinten. Gerade? Warte. Die sind überall. Da kommt einer. Oh, die sind jetzt in Besitz genommen. Ich werde weggeschlachtet. Oh, 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 oh. Das ist auch überlebt. Das ist auch weggebratzt. Oh, oh. So, weiter geht's. Klaas. Weiter geht's. Ey, du musst bei 100, wenn du die so weit wechseln, brauchst du echt Glück, um da durchzukommen. Ah, hier komme ich gar nicht erst hoch und sprüge jetzt. Wo komme ich denn jetzt hier hoch? Gleich, gleich, äh, gleich links. Ah, das ist ja elendig, doof. Ah, beinahe wäre jetzt abgeschüttet. Ah, Raketen im Anschlug, stopp. Weg, 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 weg. Gut gemacht. Was war das? Jetzt kommt ein Kater an und weh. Quatschen. Oh, nein. Ach, Mann, ey. Ich werfe ständig gegen diese Steine. Mann, der sitzt da mit einer scheiß Schrotflinte. Klaus, pass auf. Der sitzt da mit einer scheiß Schrotflinte. Oh, fuck. Jetzt müssen wir uns aber daran halten. Der Kater hat sich über mich quetzt. Komm, aubert den, aubert den, aubert den. Wir nehmen die Rettungskapsel in Besitz. Feindliche Einheiten in Reichweite. Boah, Alter. Der hat natürlich jetzt hier an der Stelle geäumte Chancen. Hat der Warte bei mir? Ach, Alter, waren sie wieder so viele. Lasst nicht zu, dass die Rettungskapsel dem Feind in die Hände fällt. Schlag die Rebellen zurück. Schnell. Wenn wir nicht, habe ich wieder 30 Kilo. Ja, ist der Kiste vorne. Da immer einer sitzt so. Klaus, bist du in meiner Nähe? Ich stehe oberüber dir. Ah, Scheibengleister. Ich habe sie nicht erwischt. Ich bin jetzt in deiner Nähe. Ja, Mist. Ja. Ja. Ich bin jetzt in der Rettungskapsel geordnet. Ja, viel, viel Leben hast du aber auch nicht mehr. Wow, 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 wow. Wie soll man denn da mal hochkommen? Oh, ey, dieses Spiel, ich drück, geh ran, drücke E, nichts passiert. Oh, wo bleiben meine unsere Jungs? Da bist du, Klaus. Ich steh gar nicht, wieso die da so weit wegstehen. Na gut. Oh, wir haben gewonnen. Super. Okay, ähm. Ja, das lief jetzt gut. Äh, ungefähre Spiellänge, wenn du gewinnst, elf Minuten. Elf Minuten, nichts Problem, ich hab jetzt gerade von meiner Freundin eine Sprachnachricht bekommen, daher würde ich die Aufnahme jetzt schon mal beenden wollen. Jo, machen wir. Ich kann sie ja zusammenschneiden. Ja, können wir machen. Okay, YouTube, wir machen jetzt hier, falls ich es nicht zusammenschneide, erstmal einen Cut. Äh, wir haben mal gewonnen wieder, freut mich. Ähm, wir sehen uns in der nächsten Folge, ahoi dann. Tschüss. Wir sehen YouTube, wir begrüßen euch zurück zu Battlefront. Äh, wir spielen gerade Raumkämpfe, also mit Raumjäger, nicht im Weltraum. Ähm, Klaus ist wieder mal mit dabei, ich bin wieder mal mit dabei und wir üben uns gerade noch im Raum, also im Tatooine-Kampf. Ähm, ja. Ja, wir, wir versuchen es. Willst du jetzt mit der X-Wing spielen oder willst du diese komischen, äh, Dinge spielen? Ja, ich bin ein X-Wing. Ich will mich schon an den X-Wing probieren. Äh, okay. Ich weiß nur noch nicht. Okay. Oh, ich geht los. Also, wir haben... Also, wir haben... Bist du bei jetzt, Horst? Bevor sie unsere Transportschiffe erreichen. Ja, ich weiß es jetzt nicht, ob ich bei dir bin, aber ich sehe dich. Ich starte nicht die Raketen. Ja, da haben wir ja noch. Oh, oh. Ach, da war die Tiefe dafür, was ist. Und bin tot. Das war ein Kraski. Ja, das war natürlich doof. Klaus ist in der Flügelmann. Oh, die Tiefe hat er abgedossen. Super, mach mal. Sie sind hinter dir. Äh, jajajajaja, von rechts, von links. Ich krieg gerade die Hypo voll. Also, ich versuch's mal mit einem A-Wing, äh, mal schau. Ja, ich werd auch mal wieder abgeschossen. War nicht startet, ständig diese blöden Raketen. Ich krieg gar nicht gestartet. Doch jetzt, aber jetzt treffe ich mit dem. Oh ja, das war... Ich würd' ja gerne mal mich an so einen ranhängen, aber die fliegen ja eigentlich Stiel und Stiefel zusammen, so. Ich hab die Rakete in mir, äh, 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 äh. Ach, ist ja gar kein Teil. Ich hab ne Teilbomben abgeschossen. A-Öh, äh-äh. Äh, äh-äh! Also jetzt werde ich doch tatsächlich noch mal den X-Wing probieren, weil nämlich über das andere Steuerkreuz, ich weiß ja wie Deiner aussieht, was für die zwei Wege-Dinger da, diese komischen, also diese Steuern, und über das Kreuz kannst Du rauf. Und dann kannst Du über die anderen Dinge ein Ausweichmanöver machen, wenn... Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, ja, von wegen Ausweichmanöver, das ist ja wohl... Flügelmann, was ist denn der Flügelmann? Ja, dein, dein, dein Partner. Wenn du den hinter dir hast, zum Teil Jagdbomba, dann hast du gar keine Chance. Also ich hab noch keine gute Taktik zu machen, die ich hier abschüttelt. Ich bin von einer Sonde, äh, ja, von dieser Lamm-Lamm-Ding-Pump-Sonde. So, die ganze Zeit abgeschossen. Nichts. Ja, ich hab' den Rest abgehoben. Also wenn die YouTube irgendwie so ein Tipps und Trips... Ah, Tipps und Trips, ab. Nehmen wir her damit. Falschlicher Jäger, neutralisiert! Äh, nein, ich wollte doch nicht rein! Äh, hallo! Stopp! 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 Ich hab' dich innenfliege und wär' aufgeschrochen. Wie kommt die Best? Ich hab' den Jäger im Heck! Boah, ihr Ellisch! Eita! Da war ich schnell weg! So, probieren wir mal den A-Wing, mal sehen wir den A-Wing. Imperiale Luftunterstützung in Angriffsreichweite! Ich bin unterwegs! Boah, dass ich hier nicht getroffen werde! Wie geht denn das? Ist die Anzeige nicht falsch? Weibliches Schiff, versuch zu fliehen! Schöne Anzeige! Ja, von wo die kommen! Oh, jetzt hab ich ja nichts ungeladen. Oh, da steckt die St. Berlin da auch mal wieder. Was? Oh, 2 hat sich der Kampf angeschlossen. Oh, ich wär' feiner in den Boden gelandet. Wie kann der denn da und so noch auf der Hälfte dran sitzen? Der ist richtig schön! Wir haben ihr Schiff entkommen lassen! Das ist die falsche Richtung, Mann! Du willst doch uns etwa abhauen, oder? Oh, Alter! Boah, es ist gar keine Chance gegen den. Der schießt sich die ganze Zeit weg, der Zaminski. Ein bisschen ärgerlich, finde ich, das. Ja, vortragend läuft sich eben her. Schön, dass du da bist, Drohzweig! Zamkasti ist das! Der geht auch schon die ganze Zeit auf ihn. Ja, der schießt sich die ganze Zeit ab. Irgendwie macht der das? Ja, keine Ahnung! Hinten! Ne, wie kriegt er das? Das kann doch nichts! Achso, jetzt ist das ein anderer. Ich bin, glaub ich, zu doof gegangen. Hebe diesen Transporter, Geleitschutz! Da kommen sie! Erwarte Befehle! Ich kapiere dieses Spiel nicht. Also das ist jetzt was, was ich nicht verstehe. Ja, und wenn ich dann mal die Raketen zünden will, treffe ich den Knopf nicht. Das war krass! Ich klinge einfach so schnell, die sind jetzt echt noch die Zeit kaputt. Ich bin immer anders, weil sie kaputt. Ja, vor allen Dingen wie die fliegen. Es ist der Hammer! Ich kann gar nicht so schnell um die Ecken rum, wie die. Aber ich schieße die ganze Zeit um die KI ab. Gibt's hier überhaupt KI? Ja, das sind die. Ja, das sind die. Glaub ich, das sind vier. Einheiten ohne, wo kein Name dran steht. Jetzt für die bin ich zu blöd. Ja, ne, die ziehe ich gerade mal rein. Ich schicke hier gar nichts hin. Pass auf! Hinter dir! Ich soll dich mit einer Rakete erledigen! Ja, 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 ja. Aber der Abi macht nicht Spaß. Imperialis Geschwader nähert sich. Bin in Angriffsposition. Ich schicke hier einfach nur einen ganz großen Blödsinn. Ich treffe hier nichts. Ich sehe hier nichts. Wenn ich mal was sehe, dann ist es weiter weg. Nicht weiter halten. Jägerunterstützung ist unterwegs! Ich bin auch kein Jäger, ist schon zu meistens so stark nicht. Hervorragend geschossen! Ich meine es war zu gut. Ich sage ihr, ich mache mir eine Aufnahme. Und ich schreibe mir trotzdem die ganze Zeit. Da bin ich natürlich das, was ich schreibe. Mann, was schreibt die denn? Ich habe hier ein Problem! Oh, da war Zaniski. Ich habe nur ein Lösepuppe von mir geschossen. Ja, super. Das ist ja gut. Imperialis Geschwader nähert sich. Verstanden. Nehme Kurs auf eure Position. Ja, war nichts mehr zu döseln. Klaus, weißt du, wie weit unsere Aufnahme ist? Helfen Minuten, zwölf Minuten. Jetzt! Krass. Äh, so. Gute, Klaus, wollen wir erstmal wieder so ein kurzes Video machen? Ja, wir können ja auch die zwei kurzen zusammen donnern. Genau, machen wir so. Okay, YouTube. Das wird dann hier, glaube ich, ein Zusammenschnitt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ähm, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ahoi dann! Tschüss!